Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wieso eine Wunde einfach so wieder zuwächst? In diesem Video stellen wir euch die Mitose vor und zeigen, wie Tiere und Pflanzen neue Zellen bilden. Viel Spaß! Die Mitose ist ein Teil des natürlichen Zellzyklus. Sie beruht auf dem Grundprinzip, dass die Erbinformationen von einer Mutterzelle auf zwei Tochterzellen verteilt werden. Diese sind dann genetisch identisch miteinander. Der Zellzyklus dauert je nach Lebewesen unterschiedlich lang und ist für unser Wachstum wie auch für unsere Wundheilung verantwortlich. Er findet dabei nur bei Eukaryoten statt, also bei Lebewesen mit einem Zellkern wie Tiere, Pflanzen und Pilzen. Der Zellzyklus besteht aus der Interphase, der Mitose und der Zytokinese und beginnt anschließend wieder von Neuem. Bevor also die Mitose beginnen kann, wird die Zelle in der Interphase zunächst vorbereitet. In der Interphase vergrößert sich die Mutterzelle, stellt neue Organellen her und vermehrt auch andere Bestandteile des Zytoplasmas. Alle Zellbestandteile müssen in dieser Phase verdoppelt werden, damit sie anschließend auf die zwei Tochterzellen aufgeteilt werden können. Auch das Erbgut in Form der Chromosomen wird verdoppelt. Dies wird DNA-Replikation genannt. Wir Menschen besitzen 23 Chromosomenpaare. Davon haben wir 23 Chromosomen von unserer Mutter und 23 Chromosomen von unserem Vater bekommen. Bei der DNA-Replikation werden aus den insgesamt 46 1-Chromatit-Chromosomen 46 2-Chromatit-Chromosomen. Jedes Chromosom hat jetzt also zwei identische Chromatiden, die in der Mitose auf die Tochterzellen aufgeteilt werden, damit beide Zellen die vollständige genetische Information erhalten. Nachdem nun genug Zellmaterial und DNA vorhanden ist, kann die Mitose beginnen. Sie ist in vier Phasen aufgeteilt. Prophase, Metaphase, Anaphase und Telophase. Zu Beginn der Prophase bilden sich aus dem im Zellkern enthaltenen Chromatin Chromosomen. Diese bestehen aus je zwei identischen Chromatiden, die auch als Schwesterchromatiden bezeichnet werden und über ein Zentromär verbunden sind. Der Vorgang wird auch als Kondensation bezeichnet. Die Chromosomen dienen als Speicher unserer Erbinformationen, also der DNA. Der zweite Teil der Prophase wird auch als Prometaphase bezeichnet. Hierbei lösen sich die Kernkörperchen und die Kernmembran auf, sodass sich die Chromosomen frei bewegen können. An den Polrändern der Zelle entsteht der Spindelapparat, welcher aus Proteinfasern besteht. Darauf folgt die Metaphase, in der sich Spindeln des Spindelapparats an die Zentromäre der Chromosomen anheften. Das heißt, die Spindeln werden immer länger gezogen, bis sie die Zentromäre erreichen. Dies ist möglich, da sich ja in der Prophase die Kernmembran aufgelöst hatte und die Chromosomen dadurch frei liegen. Durch das Anheften der Spindeln werden die Chromosomen in die Mitte der Zelle gezogen. Diese Zellmitte nennen wir auch Äquatorialebene. Also nochmal kurz die ersten zwei Phasen der Mitose zusammengefasst. In der Prophase bilden sich Chromosomen bestehend aus zwei identischen Chromatiden. Die Kernhülle um die Chromosomen löst sich auf und es bildet sich an den Polen ein Spindelapparat. In der Metaphase werden die Spindeln des Spindelapparats verlängert, bis sie die Chromosomen erreichen. Sie ziehen diese zur Mitte, ordnen sie also in Äquatorialebene an. Auf die Metaphase folgt anschließend die Anaphase. In der Anaphase werden die Chromosomen wieder in ihre Chromatide aufgeteilt und zum jeweiligen Pol der Zelle gezogen. Die Schwesterchromatiden werden nun also auseinandergezogen. Dies geschieht, da die Spindeln des Spindelapparats, die an den Zentromären befestigt sind, sich verkürzen und so die Chromosomen auseinanderziehen. Nun befinden sich bei jedem Pol der Zelle 46 Einchromatidchromosomen. Die letzte Phase der Mitose ist die Telophase. Bei dieser bilden sich um die Chromosomen eine Kernhülle, sodass ein neuer Zellkern entsteht. Die Chromosomen wickeln sich wieder ab. Die Erbinformation liegt damit wieder in der Ursprungsform, also in Form von Chromatin vor. Zuletzt löst sich der Spindelapparat auf und die Zelle ist bereit für die Zytokinese. Zytokinese Die Zellkern wird bereit, sich wieder zu teilen und der Zellzyklus beginnt von neuem. Noch mal das Wichtigste in Kürze. Die Mitose ist ein Teil des Zellzyklus, bei der aus einer Mutterzelle zwei genetisch identische Tochterzellen entstehen. Bevor die Zellteilung beginnt, vergrößert sich die Zelle in der Interphase und das Erbgut wird verdoppelt. Die anschließende Mitose besteht aus vier Teilphasen. In der Prophase bilden sich die Chromosomen und der Spindelapparat aus. In der Metaphase werden die Chromosomen auf der Äquatorialebene platziert. In der darauffolgenden Ana-Phase werden die Schwesterchromatide geteilt und zu den Zellpolen gezogen. In der letzten Phase, der Telophase, bilden sich um die Chromosomen neue Zellkerne und die DNA löst sich wieder in ihre Ursprungsform auf. Nach der Mitose folgt noch die Zytokinese, bei der die Zelle letztendlich zweigeteilt wird. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst uns gerne ein Like und ein Kommentar da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.